Und das hier, meine Herren, das ist kein viehdummes Individuum, das ist eine Person, ein Mensch, ein tierischer Mensch und doch ein Vieh. Du bist geschaffen aus Staub, Sand, Dreck. Willst du mehr sein als Staub, Sand, Dreck? So beschäme die menschliche Sozietät. Denn, meine Herren, was ist schlimmer als Armut? Was ist schlimmer als Armut, meine Herren? Langeweil. Marie! 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 Es ist das gesunde Mannesempfinden, das zur reinen und mütterlichen Frau drängt. Also, Wolzeck, leg den Mock weg. Brulet. Herr Doktor, wenn einem die Natur kommt, die Natur kommt, die Natur kommt! Verstehe nicht, warum du immer von vorne damit anfängst. Ich kann das nicht mehr hören. Mein Leben ist so ungewiss und meine Zukunft ist voller Angst und Schiss. Brulet. Vielen Dank.